Eine neue Woche startet und ich dachte mir, das passt eigentlich ganz gut, denn ich habe bis jetzt die World-Bosse in Genshin Impact noch überhaupt nicht gezeigt und genau das machen wir heute. Moin Moin Leute, mein Name ist ReeFaser und ich heiße euch jetzt willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir sind in der Version 1.2 aktuell, übermorgen kommt Ganyu raus und ich dachte mir, ja die Woche hat gerade angefangen, warum nicht die Bosse machen. Weltbosse könnt ihr einmal die Woche machen und die sind relativ wichtig, die geben euch zum einen Materialien, die ihr benötigt, um die Talente hochzubekommen ab Talent Level 7. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt bei meinem Deluxe das Ganze mal angucken, wenn ich jetzt hochstufen möchte, brauche ich zum Beispiel Schwanzfeder des Ostwinds, die bekomme ich nur bei Sturmschrecken. Und dann gibt es welche bei Child und welche bei dem Wolf und insgesamt gibt es aktuell drei Weltbosse. Wir haben einmal hier unten in Liyue haben wir die Goldstube, da könnt ihr Child, bisschen was in Graf antreten. Erst wenn ihr soweit seid in der Story, das passiert übrigens mit jedem Weltboss, die schaltet ihr durch die Story frei. Heißt, wenn ihr sie noch nicht habt, heißt es einfach, ihr habt die Quest dazu noch nicht gemacht. Also wir haben einmal Child, wir haben einmal den größten bösen Wolf, den großen Wolfskönig des Nordens und dann haben wir natürlich Sturmschrecken bzw. Tevalen. Wir fangen einfach mal schön mit Child an, das ist der neueste Boss und grundsätzlich bei den Bossen im Allgemeinen könnt ihr selber aussuchen, was für einen Schwierigkeitsgrad ihr haben möchtet. Im Gegensatz zu den Bossen, die in der Welt sind, könnt ihr hier, je nachdem was für ein Level ihr habt, auch entweder Stufe 60, 70, 80 oder 90. Meine Truppe, mit der wir reingehen, die ist gar nicht 90, aber dazu kommen wir gleich. Und hier seht ihr auch, welche mögliche Belohnungen es gibt. Und das, was ganz, ganz viele Leute wollen, sind natürlich hier die Rohlinge für die Vier-Sterne-Waffen, die man selber bauen kann. Droppen aber relativ selten. Also ich persönlich mache die Bosse jede Woche seit Release und ich glaube, ich habe bis jetzt zwei oder drei Drops nur gehabt. Child, fangen wir mit dem mal an. Child ist ein Wasser, also ein Hydro und ein Elektroboss. Er wechselt sein Element zwischendurch, indem er seine Delusion anmacht. Bedeutet, ihr solltet versuchen, euer Team dementsprechend aufzupassen oder anzupassen. Bei Hydro ist natürlich sehr gut Elektro und Feuer ist auch ganz gut. Bei Elektro ist Eis eigentlich relativ gut und Feuer kann man da auch nutzen. Ich habe deswegen mein hauptsächliches Main-Team, muss ich tatsächlich sagen, aktuell. Also ich probiere noch ein bisschen mit dem Team mit Child, aber es passt hier nicht ganz gut. Und mit diesem Team noch ein bisschen rum. Aber ich nehme Dilucke als Damage-Dealer, Song Lee für den Support, beziehungsweise für die Schilde. Kiki für ein bisschen Schaden, beziehungsweise auch für den Heal. Und Fischl als komplette Elementar-Supporterin für Elementarreaktionen. Child galt, als er rauskam, als eines der schwierigeren Bosse. Die haben ihn ein bisschen genervt. Ich fand ihn damals schon nicht so besonders schwer. Aber, also ich, könnt ihr euch angucken. Also hier mit Dings, mit Song Lee sein... Woop. Sein Brett aufzustellen macht überhaupt keinen Sinn. Beziehungsweise sein Brett, sage ich schon. Sein, ähm... Seine Säule. Weil die sowieso von Child weggeballert wird. So, ihr seht hier gerade, das ist die erste Phase. Einfach ausweichen. Ihr müsst bei den Bossen... Das hier ist ein Konter. Okay, jetzt habe ich natürlich auch nicht aufgepasst. Dafür ist... Also ich lasse mir gerade ein bisschen Zeit. Normalerweise würde ich da ein bisschen mehr draufballern. Das war dann auch sein Schild. Also wenn er genau trifft, dann macht er schon Schaden. Aber letztendlich könnt ihr eigentlich... Also ich hätte mal in meinen Fischl rausrauben können. Chichi für den Helo und einfach durchbrettern. Aber ich wollte zumindest, dass ihr die Phase seht. So, hier hat er ein paar Schilde, beziehungsweise ein paar Konter-Stances, wo ihr aufpassen müsst. Ihr seht zum Beispiel, da ist eine Hydro... Da ist die Konter. Aufhört anzugreifen. Ja, mein Schild gerade richtig und wieder Konter. Und nachdem er gekontert hat, könnt ihr entweder einen Sidestep machen. Oder eben... Ihn dann mit Schaden... Ich hole trotzdem meinen Elektro auf, wenn der Elektro raus ist. Für die Elektro-Inventar-Fähigkeiten. Und schon haben wir die zweite Phase durch. Und jetzt kommen wir zu der dritten, die eigentlich die schwerste ist. Und auch zum Verständnis. Mein Team ist eigentlich Level 80, nicht Level 90. Der einzige, der Level 90 ist bei mir, ist Diluc. Ich habe aber mein Team bei den Talenten relativ hoch. Und auch von den Artefakten her ein bisschen gut ausgebaut. Aber ihr müsst nicht unbedingt Level 90 sein, um das zu schaffen. Da sieht immer noch sehr, sehr genial aus. Okay, überspringen, weil das habe ich schon zu oft gesehen. So. Schild. Pop. Und wenn ihr das seht, zum Beispiel, dass er dieser Ausweih... Dass er ausholt. Sidestep. Das ist das, was am meisten Schaden macht. Okay, das habe ich jetzt verkackt. Jo. Noch einen Sidestep. Hm? Nein! Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, schon ein bisschen zu spät. Ihr könnt auch eine Ulti aktivieren, wenn er diese Sachen macht. Weil bei der Ulti bekommt ihr ja Unverwundbarkeits-Frames. Na, lass mir in Ruhe. Und dadurch, dass ich ein Schild habe, kann ich auch relativ schnell ausweichen. Und bam. Das war Schild. Gar nicht mal so schwer. Also er hat nicht wirklich viele Phasen, sondern das Wichtige bei ihm ist tatsächlich, dass er Sidesteps macht. Beziehungsweise ausweichen im richtigen Augenblick. Ursprüngliche Sars. 60 ursprüngliche Sars. Stimmt. Das habe ich gar nicht gesagt. Hey! Ich sollte öfters aufnehmen. Ah, eine Stangenwaffe brauche ich nicht. Aber egal. Und dann seht ihr hier das System-Umwand-Fragment. Und den Hauer des Mondes Serus-Keli-Fragment. Die beiden braucht ihr auch für Talente, für bestimmte Charaktere. Habe ich hier noch ein bisschen was an Artefakten bekommen. Was immer gut ist. Denn die brauche ich, um in andere Artefakte reinzufieten. So, wir gehen dann jetzt mal rüber zu dem Wolf. Der meiner Meinung nach eigentlich der schwerste sein kann von den ganzen Bossen. Aber auch da müsst ihr einfach nur ein bisschen auf euer Team aufpassen. So, und dann sind wir bei dem Boss. Ihr müsst euch am besten hier nach Wolfenlauf teleportieren zum Teleportationspunkt. Und müsst dann hochlaufen. Und dann steht ihr hier vor diesem Bereich. Wie gehabt, für den Wolf gibt es auch eine Questreihe. Eine ziemlich coole mit Razor eigentlich. Und dann schaltet ihr ihn frei, wo ihr ihn dann wöchentlich machen könnt. Dafür müsst ihr einfach herkommen. Die pullt von Beginn. Und dann kommt der Andrius raus. Andrius ist ein Kryo-Charakter. Beziehungsweise ein Kryo-Gegner. Bedeutet hier Elektro und Feuer wieder sehr, sehr hilfreich. Weil bei Elektro könnt ihr ein bisschen auf dem Fernkampf bleiben. Und seine Taktik ist ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, ihn zu bekämpfen. Ihr habt gesehen, er springt euch an, wenn ihr die ganze Zeit im Fernkampf seid. Er macht AE. Und auch hier ist wieder relativ einfach. Einfach nur seinen ganzen Ausweichen. Also, es ist alles relativ telegrafisch. Telegrafisch bedeutet, dass man eigentlich sehen kann, wann er angreift. Dann wird er ein bisschen länger stehen bleiben. Dann könnt ihr Schaden machen. Und sobald ihr ihm die Hälfte des Lebens abgenommen habt, geht es dann in die zweite Phase. Hier gibt es tatsächlich nicht viel. Wenn ihr seht, Eis auf dem Boden. Abhauen. Wenn ihr zu weit weg bleibt, wird er euch anspringen. Und wenn er so aussieht, dann wird er euch angreifen. Ausweichen. Beziehungsweise einfach stehen bleiben, wenn ihr ein Schild habt. So. Jetzt geht es in die zweite Phase. Er wird ein bisschen jetzt um euch herumlaufen und euch anstürmen. Also einfach, zack. Einmal kurz weg. Guck mal, ich hatte noch nie. Rennen, rennen, rennen. Zack. Und jetzt die letzte. Also das macht er dreimal. Danach wird er in die Mitte springen. Oder ne, er macht das sogar nur zweimal und springt dann in die Mitte. Und jetzt braucht ihr nicht angreifen, denn wenn er das gemacht hat, wird er sich dann in seine finale Form verwandeln. Also eigentlich ein Dragon Ball Gegner. Hat mich auch schön weggeballert. Und hier macht er... Ah, eh. Also, man muss aber auch sagen, ein paar Sachen der Sache macht er erst ab einem bestimmten Level. Ihr seht aber halt unten, wenn etwas runterkommen wird. Und zwar Eis... Ah, das war nicht gut. Ein bisschen für dich. Und ich habe nicht genug, um irgendwas zu aktivieren. Aber auch hier bleibt er wieder nach einer Zeit einfach stehen. Da könnt ihr Schaden austeilen. Das heißt, vorher konzentriert euch einfach aufs Ausweichen. Und auch hier sieht man wieder genau, wann er angreifen wird. Wie gesagt, Ulti aktivieren, wenn er angreift. Das hilft auch immer für ein paar Sekunden. Wie zum Beispiel jetzt hier. Zack. Und damit ist er down. Auch hier Elektronfeuer. Gerade wenn man Delo-Cats und so ist, sind die meisten Fights relativ einfach. Yep. 60 Hartz. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Ah, jetzt haben wir nichts bekommen. Aber hier bekommen wir den Schwanz des Nordwinds. Der ist relativ wichtig. Aber an sich ist die Ausbeute okay. Also gehen wir jetzt zu dem letzten Kampf. Und das ist Valen, beziehungsweise Sturmstrecken. Eine kleine Sache, die ich eben gerade vergessen habe zu erwähnen. Bei Andrius, also bei dem Wolf des Nordens, ist es so, dass er sich an euer Weltlevel anpasst. Also im Gegensatz zu den anderen Bossen. Dadurch, dass ihr nicht aussuchen könnt, gegen welchen Level ihr kämpfen möchtet. Bedeutet, hier solltet ihr immer darauf achten, bevor ihr einen Weltrankaufstieg habt, dass ihr ihn erst danach macht, weil die Belohnungen natürlich besser sind. Also, Treffen auf Sturmstrecken. Wir sind hier oben in Sturmstrecken ins Ruin natürlich. Die Valen ins Ruin. Und das schaltet ihr frei, wenn ihr die Mondstadt-Quest-Reihe eigentlich beendet habt. Und das erste Mal gegen Sturmstrecken gekämpft habt. Und dann könnt ihr das eben auch wöchentlich machen. An sich, das ist eins der interessantesten Kämpfe meiner Meinung nach. Und hier werde ich mein Team auch ein bisschen ändern. Auch hier habt ihr ab Stufe 40 bis zu 95 könnt ihr aussuchen. Den Schwierigkeiten des Gegners. Und auch hier droppen letztendlich genau dieselben Sachen wie bei den anderen. Und eben auch hier die Schwanzfeder, die man teilweise halt benötigt für bestimmte Skills. Was ich bei Sturmstrecken mache jetzt zum Beispiel. Ich nehme meine Fische weg, weil ich ihren... Also, überladen ist zwar ganz nett. Aber es gibt einen kleinen Bug manchmal bei Sturmstrecken. Den zeige ich euch gleich. Wo, wenn ich den Charakter wechsel, ich dann von seinem Rücken falle. Und das ist ein bisschen doof. Deswegen nehme ich Taktaglia. Mit dem, also mit Child kann ich dann direkt Schaden dann machen. Aber letztendlich sind die Phasen sehr einfach bei Sturmstrecken. Äh, falls ihr auch euch erstmal an die Phasen gewöhnen möchtet. Macht es ruhig erstmal eine Woche mal auf einem geringeren Schwierigkeitsgrad. Äh, wenn es euch zu schwer sein sollte. Aber die Bosses sind eigentlich relativ einfach. Also, Devalin wird auftauchen, verschwinden und sagen, okay, hör mal zu. Ich mach's jetzt mal platt. Kommt an, könnt ihr ausweichen. So, und jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Ach, übrigens solltet ihr, äh, ein Zweihänder. So, das macht er. Also, jemand mit Zweihänder dabei haben, denn ihr müsst immer seine Klauen angreifen, sobald die unten sind. Also, manchmal greift er an. Manchmal aber nicht. Und jetzt muss ich gucken, ob ich richtig rate. Natürlich nicht. Das passiert mir so oft in letzter Zeit. Ich hasse diesen verbackten Boss. Ah! Also, wenn ihr nicht aufpasst, dann passiert euch das gerade mit Diluc, dass ihr da einfach aus der Kante rausfällt. Also, was ihr eigentlich machen müsst, ist immer, ja, und dann auf den Rücken klettern, was auch nicht immer funktioniert. Also, ihr müsst seine Hände immer platt machen. So, und schön verdampfen. So, also, wenn die angreifbar sind, dann müsst ihr auf die Hände, damit der eben runterfällt. Dann greift ihr seinen Rücken an. Dann müsst ihr aufpassen, also, dieser Boss ist ziemlich verpackt, leider, in einigen Bereichen. So, danach wird er euch mit diesen Anemo-Kugeln angreifen, denen ihr relativ einfach ausweichen könnt. Und dann wird er diese Attacke machen, wo er einfach alles mit Anemo angreift. Wichtig ist, gerade bei The Valen, da solltet ihr genug Schaden mit am Start haben. Weil, wenn ihr es nicht habt, er wird jetzt diese Plattform, äh, mehr oder weniger mit, äh, Anemo-Kraft vollpumpen. Und ihr bekommt dauerhaft Anemo-Schaden, wenn ihr hier jetzt hier langlauft. Und wenn ihr dann keine Plattformen mehr habt, ist das ein bisschen doof, weil ihr dann ihn nur noch, äh, an dem, an den letzten Sachen so bekämpfen müsst, ähm, dass ihr dauerhaft halt Schaden bekommt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr Schaden oder halt auf den schwierigen Leveln erst zu machen, wenn ihr merkt, okay, ich hab genug Schaden, um den Platz zu machen. Vielleicht läuft das jetzt auch schief. Oh, das macht er ja heute, aber relativ oft, sonst nicht. Und ihr seht oben, die weiße Leiste ist sozusagen, wie viel Rüstung sein Arm hat. So, und wir warten jetzt mal ein bisschen abzugucken. Welche Seite wirst du angreifen? D, okay. Also ein Zweihänder, der mit seinen E auch mehrfach angreifen kann, ist in diesem Kampf sehr, sehr hilfreich. Hm, hm, hm. Normalerweise solltet ihr ihn innerhalb von drei Phasen down haben. So, ihr habt's gerade gesehen. Down ist er. Jetzt kommen wieder Dianemo-Angriffe, oder? Ach ne, er geht nochmal runter. So, wo greifst du zuerst an? Da, gut. Also auf die andere Hand. Weil wenn ihr von seinem Atmen getroffen werdet, bekommt ihr einen ganz schön krassen Schaden. Aber eigentlich seht ihr, hat man mehr als genug Zeit, um die Hand eben platt zu machen. Also wieder hoch. Und das sollte es gewesen sein. Jawohl, noch nicht mal eine zweite Phase gehabt. Wo, also, weil letztendlich würde er jetzt wieder seine Nemo-Schaden machen. Tschüss. Tschüss. Und helfen hier definitiv. Und ein bisschen mit eurer Bewegung, mit dem Ausweichen zu arbeiten. Und dann solltet ihr es ja auch schaffen. In diesem Sinne freue ich mich natürlich auf eure Kommentare und Meinungen. Ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video. Oder auch einen von meinen Playlisten anschauen. Und mich auch abonnieren. Falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht. Hier geht's. Vielen Dank.